Mein Name ist Nikolaus Steiniger, ich bin Orthoptist und Leiter von der Neurovisuellen Therapie Hirnschaufling. Wir betreuen Patienten mit Sehstörungen nach Schlaganfall, Schädel-Hirn-Traumata oder ähnlichen Ereignissen. Hauptsächlich betreuen wir Patienten mit Doppelbildern und Gesichtsfeldausfällen und versuchen sie so eben wieder fit zu kriegen für den Alltag. Wir arbeiten auch darauf hin, dass die Sehstörung eben nicht zurückbildet im Idealfall. Der Schöne an meiner Arbeit ist eben zu sehen, dass die Patienten immer mit einer Verbesserung ihrer Sehstörung hier nach draußen gehen und auch sehr dankbar unsere Tipps und Hilfsmittel annehmen.